was geht ab und herz willkommen zu einem aber sag ich einen neuen projekt bis zu einem angespielt heute mit pubg players unknown battlegrounds als man das voll aussprechen will aber das tut keine sau heute habe ich aber jemanden mitgebracht ja damit ich jetzt hier nicht alleine durch die muss denn heute habe ich einen kumpel von mir dabei nämlich hob hat ja wir beide zocken jetzt dieses spiel und hoffen dass wir wenigstens bis unterhalten werden weil der meiste seien die beiden haben das spiel noch nie gespielt und ja wir gucken mal einfach da will ich sagen weil so breit ist starten wir einfach mal ich bin bereit ich bin bereit kurz das spiel gedrückt aber ich glaube ich muss bereit und ich glaube uns auch bereit drücken muss gedrückt halten aber muss gedrückt halten aber müssen schneller mehr unterstützt kurs müssen wir jetzt beide selber drücken wir können auch ich mache ablehnen muss ich wieder bereit drücken doch jetzt steht vorbereitung genau jetzt schätze zeit 29 sekunden warte 19 sekunden stocken so viele pubg hätte ich jetzt nicht gedacht weil in zeiten von warsohn und porten hätte ich gedacht das ist irgendwie so viele immer noch weil dauert das bei warsohn so lange bis der spiel gefunden wird naja gut ist ja kauft die tine also mother offer also da dauert es immer lange bis du eine runde findest aber so dass das allgemein überhaupt noch leute zocken also das spiel weil normalerweise denke ich mir so so dass es halt ja beliebter als patschi genauso wie fortnet ja gut die werden ja alle ihre ferngemeine haben und ich finde das eigentlich auch wenn ich von so schnell von battle royale nicht so viel halte also das nicht so mag ist finde ich das jetzt schon beeindruckend wenn spiel fortnet oder dann jetzt vielleicht bei dem pappt was glaube ich noch älter ist wenn die dann halt noch gespielt werden weil du auf dem pc hast du halt spiele die werden schon lange gespielt da findest du dann immer noch spiele da kannst du auch nach jahren dann sagen komm ich guck mir das spiel mal an genau wie jetzt hier klar kennen wir das spiel schon voll lange aber halt nie bock das zu zocken irgendwann denkst du komm guckst du mal an ja ich finde es auch witzig lieber auch ein paar spieler haben damit du das zocken kannst ja ich finde es auch witzig die geschätzte zeit waren 29 sekunden und wir haben jetzt schon fast das dreifach von der zeit ja komm abbrechen neuswürgen der ist noch was du hast ja was musst du drücken ich sehe die tasse nicht so richtig ist das vierk kreis ne vierk ja da muss da muss ich tatsächlich glaube ich crossplay an machen ja komm systemmenü einstellungen wobei dann crossplay nochmal hier crossplay deaktivieren aktivieren bei gameplay war das muss man auch mal anmachen systemeinstellungen wo gameplay gameplay ist aktiviert ok ich glaube das ist dann automatisch wenn du das dann weil du bist der host ja so vorbereitung ja bereit habe ich gemacht pyjama party 33 prozent auf mosk weg was sagt mir ich habe 2.000 gulden 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 ohn spaß ich werde mein kleines hat das schon gekauft weil die hat schon skins weit im spiel offenbar die der definitiv schon sowas geholt hat es halt nicht so dass die alle skins haben dass du bereit rücken keine skins hast ja ich komm hier nicht mehr raus ich bin zu blöd für das spiel so die sache ist hier also ich finde wenn man wie gesagt wenn man bei so einem spiel spaß bei dem spiel doppelst du bist sogar er lohnen als für so ein kofti team weil dieses ja wenigstens den körper bekommt es ist ja nur arme und hände also wegen der skins das hat ja früher auch schon ich weiß noch bei once warfare habe ich mir auch ich glaube für einen euro oder für 50 cent habe ich mir auch bei diesen diesen germany jetpack ding jetzt da gekauft ja aber das hat ja noch 5 cent kostet also ja aber trotzdem habe ich geld für scheiße ausgeben und benutzen konnte ich es nicht weil ich habe ja mit dem bekommen wenn du schon über scheiße reden willst beim geld ausgeben ich habe mal mit tosense dass du dort boys pack gekauft du weißt wie viel der gekostet hat war das auch von gold oder was hat er denn gekostet ungefähr zehn euro das hat so circa zehn euro ist es gewesen sein was hat er denn dann von sich gegeben hat er hat der dann gesprochen wenn ein gekillt das oder was ja sowas wie ja dort dem dog hashtag oder sowas sind man kann leute mit stein bewirfen oder tomaten ist die tomaten weil das ist total langsam die grafik ist ja gut das spiel ist auch schon alt aber es ist halt alles erkennbar zumindest jetzt gerade jetzt also auf dem pc saß besser aus weil die grafik nicht so gut ist da oben wohl vielleicht ein bisschen besser weil dann hast du guck mal die bäume an wie scheiße die bäume aus guck mal guck mal den da ich weiß gar nicht wie du bist hätte der rückte einfach mal die bäume an und dann siehst du ja die sehen ja du hast ja gar keine konturen das sind du siehst du ein bisschen so blätter aber sagen wir mal da wird jetzt einer drin sitzen dann würdest du den vielleicht eher kennt wenn der als wenn der baum jetzt noch besser motiviert wäre und in einer höheren auflösung oder einer besseren engine oder wie auch immer man das nennen mag da kommen mit 1 kannst du die ego-perspektive schalten aber ich habe kein älter mehr zu merken alter wie es aussieht also ich bin im flugzeug drin ist wir sorgen musst du drücken und ich springe dann auch weg markierung an aus zeigung markierung wegpunkt ich war mal einfach mal hier irgendwo dreieck passiert nichts ich mache 1 1 1 passiert das okay ich sehe aber nichts ausrufezeichen auf 220 südwest wer bei rubens habe ich schon abgesprungen aber die anderen beiden mongos hier bei rubens habe ich gemacht ruins ich sehe ja nichts muss die karte aufmachen er muss gerade aufmachen ich springe ab aus steigen kreis kreis nach links irgendwo bin ich gegangen ich krieg sogar richtig ja ja dass man keine überkauft sich so eine karte alter meine mein typ hat keine schuhe konnte sie schlechten münchen aufgefallen also in der lobby ich habe hier am automatischen ein gewissen herr hart bist du hier bei den ruinen da ja die falsche steuerung ist auch wieder am arsch alter schon denken ja ich bin ich jetzt konnte schlägt alter was auf voller marschen linken stick und man macht doch so komische dinge falsch im schneiden vor allem ja nach kauf die die habe ich eine lektion gelernt schnell die bieten nie wieder mein freundschirm weiter aber spaß das ist voll diesen laptop kann aber nix machen damit weil das ist langsam alter ist das langsam diesen rucksack diesen foto ist ach guck mal hier kann ich mich hinlegen minu ist hier auch schon aufgehoben ist das ein rucksack an der wand also wenn ich meine schwester das zeigen könnte dann meine schwester würde wahrscheinlich so viel wissen ja wahrscheinlich m16 16 der ton ist voll leise der ist doch ein bisschen also ich höre gar nichts irgendwie hier ist auch was keiner glaube ich habe eine panzer ich werde mich wahrscheinlich gleich zu tod erschrecken wenn einer kommt hier liegt eine waffe leute ich dachte bei dem spiel kann man zielen aber der macht es auch so ein ort ja der zoomt dann nur so der macht das fadenkreuz einfach nur kleiner jawohl ich habe meinen helm ausgetauscht gegen weiteren helmen ist das hier ein windungsfeuer kümmer hier liegen wenn du mal zu mir kommst hier liegt ich glaube auch ein revolver falls du noch keine waffe hast ja revolver molotov eine weste auch wenn du das mal auf du bist ja eh ein bisschen besser du hast ja heute schon auch was gezockt also ok das ist wahrscheinlich eher ein treffen ich sag mal so die die bewegung von rechts nach links ist eigentlich bei mir ok aber ich finde das mit dem laufen irgendwie voll komisch also der läuft irgendwann ein bisschen verzweifert ja das ist wahrscheinlich einstellen ich weiß es nicht hieß eine akm auf jeden fall kann ich meine geschwindigkeit nicht schneller stellen also morgen ist schon gestorben ne also 1 cm das kann mich eh immer ausschlecken was ist das denn hier die kommen ja eh nicht zu uns die sind auch gar nicht da ja ja die sind nicht bei uns aber von daher können wir wollen die dann so nahe kam mit dem laptop kann man sich weiß die informationen auf nun mit dem heute wahrscheinlich ich kann meine geschwindigkeit nicht mehr herstellen guck mal wenn du start drückst dann bist du ja auch da ich glaube da musst du bis zu ende der runde so spielen ich habe meine zum glück bisschen hochgestellt aber eine ganz bisschen ich habe ich habe diese einfache visieren habe ich auf 20 gestellt ich habe heute gesagt ich glaube dass warzone ist das schlechteste call of tt äh schlechteste battle royale was ich jemals gespielt habe ich glaube die aussage muss ich revidieren okay welches ist das schlechteste ich glaube das hier ist das schlechteste was ich jemals gespielt habe weißt wie sich das spielt wie minecraft die portly knights das spielt sich also die machen wollten ja dafür geld haben aber das spielt sich wie ein spiel oder ich habe schon der schüsse gehört hat er wie viele waffen liegen hier rum so viele sturmgewehre das echt für volle würden damit jeder auch direkt eine wasser finden kann ich habe mal hier und die aufgeworfen weil ich habe kein plasmat für sich abgenommen die spritze gehabt ich dachte gerade spritzen können wir jetzt wie eine nadel geben ich will mal kurz ich will mal gleich mal gucken ob es wirklich funktioniert also ob ich mir so eine spritze jetzt drücken kann dann bin ich voll der krasser motherfucker oh ich glaube da ist einer dann wäre ich eh schon tot der problem ist jetzt habe ich so viele sachen aufgehoben hier ist eine breststange hier ist eine weste ich habe keinen bock das alles aufzuheben ich habe glaube ich eine weste oh mein gott da ist eine machete da ist eine machete ach ne weste stimmt ich habe körperschutz was ist denn das ganze links bei dir das sieht aus wie so ein ach das rucksack ne ja das ist ein rucksack ich gehe mal kurz weiter oh oh wir müssen laufen die zone kommt schnell raus das maus ich springe mal jetzt Alter weißt du wie es sich das anhört als wenn du auf Stahl läufst und ich war es an den Fußschritte das hört wirklich an als wenn du gerade auf so Metallgeländer läufst ja so ein bisschen Alter du hast gar keine Hintergrundgeräusche gar nichts ne da kannst du wahrscheinlich nicht richtig gut Sound holen wow oh ne wir haben noch ein bisschen Zeit glaube ich wir kriegen noch ein bisschen Schaden kann man rutsch in dem Spiel oh das haben wir schon hingelegt oh Alter wie lange braucht es wieder aufzustehen ne ja musst du irgendwie manchmal gedrückt halten beim rennen das ist komisch manchmal rennt der nur ein paar Schritte manchmal ja ich habe auch irgendwie das Gefühl dass meiner so auf jeden Fall 1a Steuerung ja wie weit ist eigentlich die Zone ob das wenn wir nicht überleben doch klar guck doch mal wie die Zone ist öffnet mir die Karte aber guck doch mal wie nehmen wir kaum Schaden ja ich habe doch eine Adrenalin oder Medi komm da vorne ist ein Gebäude wie kann ich eigentlich Medi benutzen warte mal kurz ich versuche mal grad ein Medi Ding zu verwenden ey du kannst 2x1 und dann kannst du richtig zielen ach guck mal ich kann Medi benutzen warte hast du gehört 2x1 und dann kannst du äh richtig also doppelt dann kannst du vernünftig zielen wie es kann kein HP mehr her wie? 2x1 doppelt? ja doppelt ah guck ah bei mir ist der L2 topfelt ah sexy ja L2 sorry 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 monsieur wo bist du? ich bin nicht wegen du ne? ja ich versuche grad irgendwie mich zu heilen der ist so beschissen man hört gar nicht wenn einer abhaut der schieß dir mal vor uns ich weiß nicht die schießen hier komm direkte Konfrontation rauf lol du kannst wenn du geduckt bist kannst du spränden was ist das alter bei Battlefield ging es auch aber bei Battlefield 5 echt? ja du konntest geduckt sprinten ne ok aber hier vor uns ist Kampf gewesen kampf kampf hier direkt hier kampf 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 ich werde gleich sehr schnell ich werde den ersten abschluss machen ich bin auf jeden Fall gerechnet wir sind hier in dem Dorf hier dem Haus an die da vorne geradeaus ist einer wir snackern snackern uns hier jetzt weg ja wir sind jetzt die Abstorfer ich hab keine Patronen alter leck mich am Arsch ich kann nicht schießen ich hab nen Kill gemacht ich bin der Beste alter wie kannst du die Waffe wechseln? dreieck halten ich bin tot die haben mich ausgeräuschert alter ich kann die Waffe nicht wechseln ich bin auch gleich tot ich bin tot mit dreieck habe ich Waffe gewechselt ja da tut ich bei mir gar nichts das bringt gerade gar nichts ich will dich warte mal wo bist du gerade kann ich dir zuschauen? ich kann nicht zuschauen ach da bist du ja da war gerade ein Waffenrad das war jetzt hier weg warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ich weiß was kriegst du denn ich glaub du stehst auf Feuer oder so oh ja ich weiß nicht so warum hä warum kriegst du denn einen Gesundheitsscharm? ich hab ich hab doch einen Revolver gehabt ping was hier raus alter das neue suchen ja komm eine Runde können wir ja noch machen das sind mir auch furchtbar leidende Arme ich hab da noch Dreieck gedrückt guck mal bei mir siehst du auch unten rechts ist ein Sturmgewehr ich glaub eine N-16 und da drüber ist ein Revolver drei Runde drückhalten aber der hatte dann keine Waffe in der Hand aber weißt du warum du stirbst? weil bei mir siehst du aus als ob du in der roten Zone also in der Zone wärst Alter was geht denn hier ab Leute deine Teammates kommen guck mal die an guck mal die an oh der eine läuft auch barfuß aber du stirbst jetzt trotzdem weil du in der Zone bist guck mal deine Gesundheit an du stirbst in 6 5 4 3 2 1 0 jetzt stirbst du ich hab grad noch ein Medikit benutzt ich hab noch ein Medikit benutzt ich hab noch ein Medikit benutzt ich hab noch ein Medikit benutzt ja da sind zumindest die da guck mal da liegt meine schwarze Leiche vielleicht hätte ich das nicht sagen müssen guck doch mal wie das so aussieht ich hab einfach ein Motorrad her aber die müssten da auch sterben oder nicht? ich hab kein Medikit mehr ihr müsst aus der Zone raus was ist denn die Zone? oh mein Gott okay ich stirb top halt und Spaß wie er die Waffe allein schon hält ich meine okay das sieht aus wie so kann man hier rausgehen? das ist ein Motorrad nimm mal zeig wenigstens noch ein bisschen Motorrad Action ja komm noch mal der Spielverein schwecken der Spielverein schwecken ich glaub du musst noch das Ego versiegt dir raus welche Tasse war das nochmal? ah welche Richtung? weißt du alter lecker Arsch das geht ach die Scheiße ja das hast du schon mit dem Motorrad? ja komm 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 ja ey aber voll krass der Typ der dich abgekottet schossen hat ne? mhm der hat einfach deinen Helm mit abgeschossen jetzt sieht man dann voll deinen roten Afro schaffe ich das nicht? ne wahrscheinlich nicht laufen wir denn in die Richtung? ich glaub einfach nach der nach dieser Linie auf der Karte ne? du läufst schon richtig aber die Zone ist voll weit weg du wirst definitiv sterben wenn du dich nicht hältst aber die Zone verkleinert sich jetzt in 10 Sekunden sogar noch das heißt wir sind gleich tot das heißt wir sind gleich tot ja du bist schon eh tot jetzt weil jetzt hast du ja eigentlich auch die Möglichkeit einen wieder zu beleben? ja die haben sie ja immer wieder geschafft achso ne das weiß ich nicht da ist er tot ach komm gestorben er will dich wiederbeleben ich will mich echt wiederbeleben das dauert 10 Sekunden Leute du willst mich verarschen ich will das du bist auch neulich tot bist da ich muss aber ehrlich sagen als ich das Spiel beim PC gespielt gesehen hab ne das hat tausendmal weißt du das Schlimme ist wenn ich das Spiel jetzt also dieses Spiel mit der PC wärst du im Vergleich ja komm komm kill komm kill aber ich habe sie endlich gekallt ja das ist gerät komm lass mal was gehen wie geht wie kann man dieses Spiel verlassen? Zurück zur Lobby Kreis gedrückt halten ja weißt du was du meinst wenn ich das hier jetzt mit der PC vergleiche hab ich dieses Gefühl dass sie für die PS4 so eine abgespeckte Version herausgedrückt haben ne so ein free to play ding dann sobald die grafik ist tausendmal schlechter das spielgefühl ist auch tausendmal schlechter ja die grafik ist ja egal die grafik ist ja eigentlich immer schlechter das spiel ist richtig kacke also allein schon wie man die waffe hält und dass man nicht automatisch also allein schon wie man die waffe kommt eine runde können wir machen aber dann bin ich dafür dass wir ja ich meine ich habe dieses battle royale kann ich sowieso gar nicht weißt du was am besten wäre gibt es das eigentlich in battle royale was so ist wie wie früher die einfachen du startest und das einzige was du findest sind waffen das reicht doch eigentlich naja das ding ist dann munition drin wenn du einen killst dann kannst du money von dem aufnehmen egal welche waffe du hast guck mal gerade ich habe gerade am anfang massig an munitions munition aufgehoben und da lag auch bei dem sturmgewehr drumherum lag auch munition die habe ich auch aufgehoben und trotzdem hatte ich keine muni für die waffen müssen das für eine scheiße ich habe da gar keinen bock dann noch zu noch zu lesen welche munition das ist da habe ich gar keinen bock drauf ich finde auch diesen battle royale als nicht ich finde auch das spielt sich irgendwie auch komisch also allein schon dieses sprinten dass du verzögert sprints verstehe ich nicht warum laufe ich denn verzögert und kann es wahrscheinlich dass in den einstellungen der einstellen darum ging es ja wahrscheinlich ja das könnte man auch einstellen laufen und so vielleicht haben sie alles hochpumpen oder so aber was macht was das ist das für ein bullshit halt ne warte ich habe ich komme her ich würde schon ein bisschen mit äpfeln weil er wird doch so den apfel wie so als wenn er so dings macht ne und zum pass ja also vorbeispiele und so läuft aus dem kopf getroffen guck mal der sieht aus wie der verunterbelichter sieht ich weiß weil es sieht aus wie dieser wie diese zombie apocalypse überlebende ich würde sagen er sieht aus wie einer von diesen leuten die die zombie apocalypse überlebt haben ne aus dem tiefen 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 dschungels von texas und so er sieht aus wie so ein dings da einfach wie so boah leid schon wenn ich diese karte sehe ne weißt du wie lang steigen wir einfach mal hier aus ich sehe das gerade nicht wenn du markierst sehe ich das nicht warum sie ich habe gerade auch nicht markiert also markier mal da habe ich mal markiert einfach hier kommt ja warum sehe ich das jetzt im spiel nicht ich bin jetzt raus ne ich habe es auch markiert auf der karte sehe ich aber im spiel sehe ich nicht was bringt mir das alter wird mich verarschen ja ich hab das man ja deswegen auch voll komisch gemacht bin ich ich lande jetzt einfach da in der mitte da ist so ein viereckiges bei der m viele scheiße ist egal kommt ich lande einfach irgendwo ich lande mal irgendwo hier vielleicht ist ja hier was kann ich eigentlich schon ich will jetzt auf dem falschen link alter falschen leckung ich bin direkt tot wir sind diese falschen leckung ne ist ja irgendwie auch als als wenn du als wenn du so so ein auto steuers ne ohne reifen oder hier sind gegner hier sind sogar mehrere gegner ich bin hier tot ganz viel ist tot also ich werde definitiv sterben jetzt habe ich zwar rotpunkt visier oder so ist aufgenommen da das meine ich da habe ich gar keinen bock drauf mir den scheiß selber aufzunehmen sollen einfach eine waffe die man brauche keine aufsätze einfach verschiedene waffen fertig so zeig dich du stinker okay also man muss die waffen dann nachladen wenn man sie aufnimmt gut zu wissen wo denn ich sehe dich nicht damit jetzt hat sich auch verzogen das stück scheiße jetzt habe ich aber rucksack bis vorne ok ich bin gleich tot da wo denn ich kehrte schnell ins aus rein ach mit der drei wow zumindest zumindest die animation für das hausklettern ist recht geil zum teil ich bin gleich tot ne ich brauche noch eine kohle ich habe nicht genug platz von der spiel sagt mir gibt mir ein typisch einen heilgegenstand verwenden kann ne und dann will ich das machen und dann sagt mir das spiel ich habe keinen heilgegenstand warum gibst du mir den tipp du bastard spielst ich kann die karte auch irgendwie gar nicht lesen ok wir sind also auf jeden fall in der zone ne also ich und mein teammate werden wir sterben ne hier ist so ein riesen fels was aussieht als wenn da jemand so reingeschissen hätte dann ist ok lehnen einfach so geht doch execution team hier bitte sag ihm dass er was zu heilung hatte hat er nicht ich bin tot und ich weiß dass der fels hier sieht aus als ob jemand so richtig hart offen sind so ein riesen mitten aufs feld geschissen hat und ich weiß dass der feld hat so glittige animation ne er sieht wirklich aus diesen riesen schiss er sieht wirklich aus diesen riesen schiss anders kann man das wirklich nicht sagen so ich und mein teammate hier der äh bilatisa pincher haben problem bei uns ist noch ein gegner und wir haben beide genügend gesundheit für uns für ein typ mit hellem lehme ja mit meinem leben ich komme jetzt in europe ja ach bist du wieder am leben ist das ein besserer hell 100% achso die ist alter ja warte mal ne hab ich nicht hab ich keinen zu nutzen das heißt ich kann keine rüstung doppelt aufnehmen das ist schon mal gut so oh nein ist mich tot ganz tot ich hab nen gegner abgeknallt und da hat mich sein team mit was abgeknallt hier ist einer hier ist einer ich glaube hier ist einer ich bin ich bin jetzt bin ich ganz tot ja ich bin jetzt gestorben so guck mal zuschauen also muss ich mal ein fazit zum spiel zum spiel sagen ich glaube wenn man ich glaube wenn man sich in spiel ein bisschen einschwert ne für leute die niedrige ähm wie nennt man solche personen nochmal leute mit niedrigen genau mit niedrigen anspruch würde es glaube ich sogar spaß machen ich will damit jetzt ich will damit jetzt nicht beleidigen oder so ich glaube sie hat auch leider kein anderes handy spielen muss ich leider mit sowas abgeben ich hoffe sogar auf handy sieht es sogar noch besser aus ja vielleicht ja weil der bildschirm kleiner ist ja aber das ist wirklich dafür geld zu verlangen sind teammates noch im leben ne der eine ist schon disconnected du bist der letzte ist hier vorne nicht einer siehst du meine karte da ist doch einer da bewegt sich doch einer oder da unten auf der karte da bewegt sich doch keiner aber ich erschüsse aber ganz leise aber die sind naja gut bisschen nah sind die schon ne ist das c4 ich bin auch recht in der mitte vom kreis das heißt ich kann hier erstmal bleiben eigentlich ne oder ich bin nicht also du bist im kreis ja also eigentlich brauche ich mich nicht wirklich bewegen jetzt muss ich bewegen aber bei denen sind auf jeden fall schüsse ja die rechts irgendwo ja ich gehe einfach hier aber da muss ich hin ne du bist das ist mir keine gebäude mehr ich komme ich gehe mal raus ja geh mal zu der zone du gehst von der zone raus raus ja du musst andersrums die zone verstehe ich da oder die die sind eigentlich nicht so weit weg ne die schüsse musst du ja nicht bekämpfen ja musst du auch nicht einfach abschauen am ende bootcamp jetzt hat man Spaß ne ist deine ne da hinten ne das ist ein gebäsch aber jetzt hat man Spaß ne die haben ja das spiel bisschen später auf das playspiel gebracht um es nochmal zu programmieren ne mhm die hätten das sein lassen sollen da ist doch einer oder? ne auch ich glaube man kann die gegner schon gut zu scheinen in dem spiel das sieht aus wie ne stummgewehr ja ja ich hab noch stummgewehr schau die aussieht wie ne m4 16 das ist ja gut die ist besser als ne 16 ne ja die sieht aus wie die äh das ist ein kompensator wie die rammington aus ghost äh der ne die war jemand bei dir wo der hat grad geschossen also der war nicht in der halle ne 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 aber der war der schuss war schon nah ja ich weiß nicht warum ich nichts höre das ist ganz leise hast du spielton leise gemacht? nein ich kann aber auch jetzt nichts mehr großartig tun am spielton ist das muni? kann ich ihn nehmen? da ist einer ich höre so nichts mehr aber wie sollte man besser in dem gebäude drin sein? das ist meine waffen an seiner acker die die da lag? ja was ist das denn für us das ist eine OMP ne backst du die zu dem gegen die an der anderen waffe OMP ist immer geil aber da fähre ich nicht gut muni doch du hast gut muni na rat doch mal nach muss immer nachladen darf man ja nie vergessen aber jetzt ist das rotpunkt weggepackt von der anderen waffe aber jetzt hofft der um P drauf ja ist ja gut so bei beiden aber jetzt mal eins ach das ist egal ach weißt du was weißt du oh die Zone kommt jetzt bin ich wieder sicher ja guck mal jemand ob jemand von der Zone rauskommt das mach ich eigentlich immer ja ich weiß aber ich möchte nach oben und ich möchte ein bisschen in Sicherheit ja zumindest der Sturm sieht gut aus weißt du wie die Waffe aussieht wie die Call of City Black Ops 2 Waffe da da gab es auch so eine M4 ähnliche Waffe ja ich weiß welche du meinst ok ich sag doch mal weiter gehen ich muss sparen auf eine Minute aber das Spiel ist langweilig guck mal da es ist halt ein Material ja passiert nichts links und resten von Schüsse ja ist mir egal ich gehe weiter da sind wir noch 31 ich muss auch erst sagen die müssen sich alle selber machen ich habe keinen bock mehr neue Waffen das sieht ja auch noch andere Spiele an ich bin auch die Grafik ist sehr müdend das ist das Schlimme oh die sind die Schüsse sind ganz nah die sind da direkt vor dir ich muss weiter 10 Sekunden aber gut der Nebel die Wand ist ja auch weit weg jetzt ist so plötzlich in einer von 2 Sekunden kommt es auch viel schnell dran aber ich würde einfach dann lieber jetzt schon mal dann kann ich auch warten ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht die Steine sehen aus wie Dinosaurier Schüsse guck dir das mal an das Spiel sieht scheiße aus ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht vielleicht ist die Spielwörter dann einfach zu uns aber es auch schnell ist egal ich guck dir mir die Steine an ich sag ja richtige Dinosaurier Schüsse die sind doch alle gleich die sind doch alle gleich ja der hat der Praktikant sehr gut da hat der Praktikant richtig schön Spaß gehabt hat er auch bestimmt nur die eine Tasse gerückt so genauso viel Liebe und Detail steckt in diesem Spiel ich kenne ja auch den Spruch mit Praktikanten und so die sich austoben ich glaub noch nicht mal dass das wirklich der Praktikant war vielleicht war das der beste Gamedesigner oder und der hat das rausgehauen vielleicht guck mal da kommt einer LOL der ist jetzt abgesprungen oder was ne wahrscheinlich wird der wieder beliebt oder so oh je das krasse ist ja vor 5 Minuten also vor 2 Zonen da vorne ist einer das krasse ist ja vor 2 Zonen waren noch irgendwas mit 30 Leute am Leben und jetzt sind es immer noch 25 ja also da vorne ist das auf jeden Fall ich geh schon weiter ja rein zur Zone und dann fangen die ab die da von der Zone kommen jetzt kriegst du einen Kopfschuss und dann tot jetzt kriegst du einen Kopfschuss und dann tot aber du darfst die ganze Zeit gebückt ne ja ja das ist doch gut vielleicht du darfst dich in den Ruinen einfach hol dein Aumper raus und dann fick den ersten der reinkommt ins Fenster rein guck mal hast du gesehen das Licht hat sich automatisch durch angemacht dann weil wie jeder weiß Ruinen haben eigentlich ne automatische Lichtfunktion so Bewegungserkenner Bewegungssensoren genau hier ist einer ich glaub das war irgendwie scheiß hier durchzulaufen das hat irgendwie unnötig Zeit gekostet ja ja aber damit kannst du irgendwie nichts machen kann es vielleicht sehen dass das Laptop so ein Wiederbedingungsding ist wo war denn? hier oh Alter was soll das denn tun da ich weiss nicht kannst du nicht interagieren mit X und so äh beziehungsweise mit X die Ecke Oh, da hat jemand geschossen. Der war aber voll nah. Ich geh mal weiter. Hier rechts. Okay, da hast du es gesehen. Die wissen, dass das auf jeden Fall nicht überlebt ist. Scheiße. Die wissen, dass das auf jeden Fall nicht überlebt ist. Ich muss ja eigentlich da rein. Da muss ich weiter. Nee, eigentlich bist du schon in der Zone. Die müssen eigentlich zu dir kommen. Ist das die Endzone? Nee, nur nicht. Das kommt noch bald. Aber du bist eigentlich noch in der Zone dran. Jetzt musst du weiter. Da drin ist einer. Ja. Rechts hundest du jemanden drin? Ja. Aber ich kann ihn nicht reinschauen. Was ist los, Noxy? Guck mal, wie er die Waffe hält. Schau dir mal die Hand an. Ah, jetzt. Leute. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Ich muss hier durch. Ich muss hier lang. Ja, du musst jetzt ran. Alles war noch nicht so. Ich würde mich jetzt erschrecken, wenn die erste Schüsse dich treffen. Nein. Ich dachte, ich muss mich noch ducken. Du musst dir mal vorstellen, wie das so bildlich ausgesehen hat. Wie dein Kopf gegen dieses Geländer geknallt ist. Beim Bücken. Da fährt jemand immer ein Auto. Weißt du von dir? Der ist einer. Oh, der hab ich auch gesehen. Ja, das war natürlich doof. Das ist eigentlich schrecklich. Mit dir weg da. Aber das krasse ist, ja. Was für Art laufen kannst du diese bitteschön, ne? Na, vielleicht noch einen Rotpunkt hat oder irgendwas. Na komm, lass raus hier. So eine Scheunze. Gut. Also, ihr habt's gesehen. Ein, äh... Ein richtig krasse Nicht-Empfehlung von uns beiden. Also, das ist einer. Also, am Anfang dachte man so, als man das gesehen hat. Okay, könnte witzig werden. Aber, sobald man im Spiel drin ist. Merkt man sofort. Das Spiel Scheiß. Das wird nichts. Es wird einfach nichts. Geht, geht lieber das auf dem PC zocken. Oder zock es auf dem Handy. Aber, vermeide die PS4 Version. Ja, und damit war's das mit dem Angespiel. Ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß, ne? Und, ja. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.